Du kennst sie alle, die Werbung über Schmerzmittel, über Salben, über Wässerchen, ich weiß nicht, was es da alles gibt und Pflästerchen. Aber ich sage dir heute wirklich, was das beste Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen ist. Es ist unglaublich spannend und ja, vielleicht interessiert es dich, bleib dran. Ja, es ist so, noch immer greifen die meisten Menschen bei Schmerzen erstmal zu einem Medikament. Auch obwohl es ja Liebsche und Pracht gibt, das wisst ihr ja, auf diesem Kanal solltet ihr auf jeden Fall bei Schmerzen gehen. Da zeigt euch Roland die allerbesten Übungen und trotzdem gibt es immer noch ganz viele Menschen, die mögen sich nicht so anstrengen und greifen dann doch lieber in die Medikamentenkiste. Bei Schmerzen, besonders im Bewegungsapparat, also Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen, werden meist nicht-steroidale Schmerzmittel verwendet. So nennt man diese Gruppe. Neben den Klassikern, die du meistens kennst, wie Ibu, Ibuprofen, As, Acetylsalicylsäure, Diclofenac, Diclo, gibt es auch noch das Naproxen, das ganz häufig eingenommen wird. Aber definitiv sind die alle nicht ohne teilweise auch heftigen Nebenwirkungen. Verschiedene Studien an Sportlern haben gezeigt, dass diese Sportler, die um ihren Sport überhaupt ohne Schmerzen zu überstehen, dann regelmäßig Schmerzmittel einnehmen, dass es dadurch bei diesen Sportlern eben ganz häufig zu Nebenwirkungen gekommen ist. Denn es wurden viele Schäden an den Organen festgestellt. Also, um das mal klarzustellen, wenn es mal irgendwie gar nicht geht, mal ein Schmerzmittel zu nehmen, das ist keine große Tragik. Aber als Dauermedikation tatsächlich bei Schmerzen auf Schmerzmittel zurückzugreifen, das finde ich, A, muss man das nicht und B, schädigt das den Körper ganz schön heftig. Und so nebenbei mal 20 Prozent aller Krankenhauseinweisungen erfolgen aufgrund von Medikamentennebenwirkungen. Und unter diesen sind die von freiverkäuflichen Schmerzmitteln immerhin der größte Anteil. Ganz besonders dann, wenn Menschen an Vorerkrankungen leiden, wie zum Beispiel an einer Nierenschwäche, an Gerinnungsstörungen, an einer Fettleber oder an Magenproblemen, aber auch an Herzbeschwerden oder Allergien, sind diese Schmerzmittel allesamt als gefährlich zu erachten, wenn es sich um eine Dauerlösung handelt. Also einmal, wie gesagt, eine Schmerztablette ist nicht schlimm, aber nicht auf Dauer. Selbst wenn man nicht zu einer der bereits beschriebenen Risikogruppen gehört, sollten die häufigsten Nebenwirkungen der einzelnen Substanzen wenigstens auch für Dich bekannt sein. Die Dauereinnahme von Acetylsalicylsäure kann den Magen schädigen. Ebenso Diclofenac-Paracetamol ist nicht besonders geeignet, um die Leber zu schonen, also das Gegenteil macht Paracetamol und auch die Nieren mögen Paracetamol nicht. Ibuprofen, ja, den mag der Magen und auch die Nieren nicht. Doch, vielleicht gibt es eine Alternative ohne Nebenwirkungen. In einigen, ich glaube, sieben oder acht randomisierten, doppelblind, placebo-kontrollierten Studien, also echt High-Level-Studien, kam es zu diesen verblüffenden Ergebnissen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Im Vergleich von Ibuprofen zu, und jetzt spitz mal Deine Ohren, zu Ingwer hat sich diese Gewürzwurzel als klinisch wirksames Schmerzmittel offenbart. Und das ohne die ansonsten immer wieder beobachteten Nebenwirkungen. Es geht tatsächlich hier um Ingwer. Wie kann bitteschön das denn sein? Also, jetzt muss ich Dir halt erstmal erklären, wie Schmerzmittel aus dieser nicht-steroidalen Gruppe wirken. Also, und zwar wirken sie, indem ein bestimmtes Enzym COX-2 unterdrückt wird, das normalerweise für das Triggern von Entzündungen verantwortlich gemacht wird. Also, COX-2 wird unterdrückt, keine Entzündung, keine Schmerzen. Aber diese Medikamente unterdrücken ein anderes Enzym, ebenso, nämlich COX-1, was allerdings ein sehr schlechter Kompromiss ist. Denn COX-1 schützt die Innenwände des gesamten Verdauungstraktes. Also schützt die Verdauungsschleimhaut. Und die meisten Nebenwirkungen, wie Du vielleicht jetzt schon gehört hast, sind ja tatsächlich im Verdauungstrakt beheimatet. Und dann kommt noch was dazu. Denn der Verdauungstrakt ist zu 80% der Sitz unseres Immunsystems. Und funktioniert unser Immunsystem nicht, dann können Entzündungen nicht zur Ruhe kommen. Also, das Beste wäre doch, COX-1 würde weitergebildet, also dieses Enzym, und kann dann unsere Verdauungsschleimhaut schützen. Und nur COX-2 würde unterdrückt werden, damit es eben keine Entzündung drückt hat. Und genau das macht Ingwer. Ist es nicht wieder erstaunlich, was die Natur in petto hat und uns anbietet? Allerdings, bei einer einmaligen Anwendung, wie das bei Schmerzmedikamenten der Fall ist, funktioniert das nicht. Aber, wenn Du länger als 5 Tage dabei bleibst und nämlich täglich einen Teelöffel Ingwerpulver einnimmst, das sind ungefähr 1,5 bis 2 Gramm, lindert es Muskelschmerzen oder eben auch andere Schmerzen, ähnlich wirksam wie die oben erwähnten und häufig benutzten Arzneimittel. Solch eine Behandlungsart nennt man auch naturheilkundliche Behandlung. Denn tatsächlich ist gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen. Okay, ich weiß ja schon, hier handelt es sich nicht um ein Kraut, aber um eine Pflanze, die als Lebensmittel häufig zum Einsatz kommt. Ganz in meinem Sinne, denn für mich sind Lebensmittel die beste Medizin dieser Welt. Und wenn Du es nicht ganz glauben möchtest, was ich jetzt gesagt habe, dann findest Du die Quellenangabe dazu unter meinem Video. Und ich bin mir ganz sicher, dass Du genügend Menschen kennst, die ganz viele Medikamente gegen Schmerzen immer wieder einnehmen. Teil dieses Video, weil Ingwer ist ein wundervolles Gewürz und viele mögen das. Und wenn die wüssten, dass es auch schmerzlindernd wäre, würden die Bestimmtes ausprobieren, diese Menschen, die ansonsten zur Pille greifen würden. Also, vielen Dank dafür. Natürlich auch danke für Deinen Daumen nach oben und dass Du meinen Kanal abonnierst. Magst Du noch mehr von meinen Videos sehen, dann kannst Du das hier tun. Und ansonsten, wenn Du wissen willst, was Ingwer sonst noch alles Gutes tut, dann kannst Du hier in diesem neuen Buch von mir, Gesundmacher Intervallfasten, ganz viele Rezepte finden, die Dir helfen. Ciao!